Ich dachte, ich probiere das mal mit so einem Vlog. Mal gucken, wie das so wird. Also heute geht es zum Fahrradfest, FVZ-Fahrradfest, 110 Kilometer. Ich bin natürlich spät dran. Nicht, weil ich es so schlecht geplant habe, sondern weil ich einfach Luftdorfpumpen musste und mein Sattel noch einstellen. Ja, aber jetzt geht es erstmal los. Ich muss jetzt ein bisschen Hektik machen. Da ist das gute Stück. Auf geht's. Erstmal zum Spruch. War ich nicht so spät dran, sondern auf der Strecke, die ich fahren wollte. Da war auch eine Brücke nicht mehr da. Also bin ein bisschen weitergefahren und ein bisschen schneller. Ja, es ist ein gutes Training. Jetzt bin ich gefühlt noch 500 Meter vom Stadtweg. Da treffe ich hoffentlich gute Freunde. Ja, und dann gucken wir uns die nochmal mal an. Schön 110 Kilometer, einen tollen Trainingsplan habe ich. Und wenn die Sonne guckt, nach zwei Tagen Dauerregen, freue ich mich total drauf. Es ist laut, wie sie am ersten Kilometer sind geschafft. Ich bin jetzt bei 58. Die schönen Sachen fliegen schon hinter mir. Meist ein paar Kilometer Zeitfahren, ein paar Intervalle. Ja, so Sachen, die halt total Spaß machen. Jetzt darf ich, muss ich, 20 Kilometer ein bisschen rumtröden mit einer 130 Gepuls. Und dann darf ich wieder Gas geben. Bis dahin genieße ich die Landschaft. Und das Wetter ist ja echt schön geworden. Ich bin jetzt froh, dass ich mal kurz filmen kann. Normal fühle ich mich immer so einsam. Und immer wenn ich mich rumdrehe, habe ich dann irgendwie eine Traube am Po. Das ist ganz nett. Es wäre mir nur etwas peinlich, dann die Kamera zu flöten. Also bis jetzt macht es viel Spaß. Ich darf jetzt so bei 140 Herzfrequenz fahren. Ich überrückle euch jemanden, das etwas peinlich. Ähm, ja und bin jetzt auch schon bei 102 Kilometern. Das Wetter ist ein Traum. Ein enge Reisen, ne? So viele Bananen essen. Gleich ist es wieder vorbei. So. Jetzt sind wir einmal am Ziel. Ein wunderschönen Völkerschlachtdenkel. Ich habe es ein bisschen verwissen. Ich würde sagen, habe irgendein Abzweig verpasst und mit 10 Kilometer eine ganz andere Strecke gefahren. War trotzdem schön. So. Nice work. Jetzt geht es nach Hause. 13 Kilometer und dann ist es Schluss.